Was geht ab, meine Seafighter? Osteria! Und wie wir jetzt sehen, ist die Ginyu Force. Im japanischen Dokumenten nun endlich die LR Ginyu Force. Quasi. Wir werden uns die ganze Information ganz genauer gleich anschauen. Ausverwirkt, Battlefield 2.0 ist noch nicht online. Eigentlich wurde es von den Delta-Mainern für heute geleakt, zumindest. Waren dann wahrscheinlich wohl die Zeiten für das Ginyu Event, für das neue. Sei es drum, soll nicht heißen, dass Battlefield 2.0 nicht kommt. Das wird kommen früher oder später. Ein genaues Datum haben wir nicht. Aber wie gesagt, die Ginyu Force, der LR Ginyu, was wir uns im letzten Video angeschaut haben, neue Ginyu Force in Klammern Goku, ist nun in-game. Über die Mission ist erhältlich, wissen wir. Wie wir sie bekommen, wissen wir auch. Nämlich, wenn wir die Charaktere der Ginyu Force auf 100% bringen. Wir sind hier aber erstmal nur Ginyus Build, denn, beziehungsweise Ginyus Event, sie haben das echt raffiniert und klug geklärt, sag ich mal. Denn die Events wechseln sich täglich ab. Also, komme ich gleich noch zurück, wie gesagt. Die Ginyu Force, LR ist schon in den Missionen, aber die einzelnen Charaktere wechseln sich täglich ab. Jeden Tag ist ein Event open unter der Woche. Wir kennen die Routine in Dokkan Battle. Im globalen Dokkan Battle ist das zum Beispiel so, dass die Events täglich wechseln. Um 7.30 Uhr morgens unserer Zeit. Heißt, Montag bis Freitag, beziehungsweise Montag bis Sonntag. Am Montag fängt das Ganze an mit den Agility Units. Am Dienstag mit den Tech Charakteren, die ganzen Tech Events. Das postet ihr auch manchmal auf Twitter, um euch da auf dem Laufenden zu halten, was momentan online ist. Mittwoch sind die Int-Type Events online. Am Donnerstag sind die Strength-Types. Am Freitag die Physisch-Types. Am Samstag die Extreme-Types. Und am Sonntag die Super-Types. Im Japanischen Dokument ist das wirklich ähnlich. Nur, da wechseln sich die Events um 16 Uhr mittags zu unserer Zeit ab. Heißt, wenn ihr das Video heute schaut, am 1. Februar Mittwoch, dann ist Ginyu, heute ist klar Mittwoch bei uns. Ginyu ist Int-Type, also ist auch Mittwochs online. Aber, da das Japanischen Dokkan Battle ist, ändert sich der Tag schon um 16 Uhr, weil in JP dann schon Donnerstag ist. Um es kurz zu fassen, kommt dann ab 16 Uhr immer das nächste Event. Also in Japan wäre das dann G's. Und, wie gesagt, ja. Jeden Tag ist ein anderes Event online. Heißt, wir haben unter der Woche jetzt was zu tun, Daily Stuff. Das finde ich, das haben sie echt gut geklärt. Aber, soll nicht heißen, dass sie niemals immer online, also niemals zeitgleich online sind. Nämlich, am Wochenende sind die ganzen Events online. Alle 5 Stages sind am Wochenende geöffnet. Nur, unter der Woche, wie gesagt, wechseln sich ab von Montag bis Freitag. Genau. Wir schauen uns ganz einmal ganz kurz die Missionen an. Nämlich, in der Mission sehen wir auch, dass Ginyu schon ingame ist. Und, wie wir die Medaillen der Charaktere bekommen. Aber, wie ich schon im letzten Video gesagt habe, ist der Aufbau wirklich ähnlich wie der anderen Charaktere, Free-to-Play-Charaktere, die man von 0 auf 100 bringen kann. Wie Goku Jr., Attack Bulma und den Gohan und so weiter und so fort. Aber, speziell die Ginyu-Stage werden wir uns dann noch ganz kurz gleich auch nochmal anschauen. Also, wenn wir uns die Mission anschauen, dann ist, beziehungsweise sehen wir beispielsweise die Medaillen für Bartha. Man bekommt diese Medaillen, wenn man die Stage von Bartha macht. Und, wenn man die 20 Mal macht, 25 Mal, 30 Mal, bekommen wir eine Medaille, zwei Medaillen sind wir bei drei, sechs Medaillen insgesamt. Wir brauchen aber nur fünf, um sie zu awaken. Genau. Wie gesagt, trotzdem bekommen wir da quasi ein bisschen mehr. Ja, und das ist für jeden Charakter hier der Fall, ja. Wir haben hier Bartha gesehen, Guldo und so weiter und so fort. Heißt, wir bekommen die Medaillen auch über die Missionen. Wenn wir uns ganz kurz Ela Ginyu raussuchen, wo unser Dude ist. Hier ist er auch schon. Da sehen wir es. Wenn wir die ganze Charaktere auf 100% bringen, bekommen wir ein Ginyu Ela Ginyu. Also, eigentlich sollten das fünf sein. Da steht zwar eins dran, aber ich bin mir nicht sicher, ob da weiter steht ein und weitere. Ja, ich kann da, an der Stelle kein Japanisch lesen. Warum sage ich eigentlich fünf? Weil er ist ein Free-to-Play-Charakter und irgendwie müssen wir dazu in der Lage sein, ihn fünfmal zu bekommen, damit wir ihn auf Rainbow bringen können, alle Dupes öffnen können. Wie gesagt, wenn ich dann dazu nähere Informationen weiß, beziehungsweise wenn das schon jemand gemacht hat, wenn jemand schon weiß, wie das Ganze läuft, könnt ihr es mir auch gerne in den Kommentaren wissen lassen. An der Stelle eine ganz wichtige Information zur Ela Ginyu-Mission. Nämlich, es steht wortwörtlich dran, dass wir die SSR-Version der Charaktere, der einzelnen Charaktere auf 100% bringen sollen, damit wir den Ela Ginyu bekommen. Heißt, wenn ihr eventuell die Charaktere erst Doken Awaked habt und dann auf 100% gebracht habt, dass ihr die Mission eventuell vielleicht nicht bekommt. Ist aber nicht schlimm, denn ihr könnt die Charaktere reversen mit den Sand-U-Medaillen, damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst, aber weil es wortwörtlich so dran steht, wollte ich es euch auf jeden Fall wissen lassen. Heißt, im Prinzip wäre es gut, wenn ihr zuerst die Charaktere auf 100% bringt, bevor ihr sie Doken Awaked. Weiter im Kontext. Wie gesagt, heute ist Mittwoch quasi, die Ginyu-Stage ist online, wir gucken uns die Stage genau mal an, wir werden die Stage einmal machen. Vom Aufbau, wie gesagt, wirklich ähnlich wie alle anderen Free-to-Play-Charaktere, die man von 0 auf 100% bringen kann. Außer Stage droppt Ginyu, ganz klar. Die Droprate ist nicht garantiert und die Medaillen sollten eigentlich auch droppen, zumal man sie aber auch über die Mission bekommt. Ich bin mir an der Stelle unsicher, ob die Medaillen von der Stage droppen. Ich habe das gecheckt, aber die ganzen Daten sind noch nicht online. Heißt, wenn ich dazu mehr weiß, lasse ich es euch in den Kommentaren auf jeden Fall wissen. Aber außen vorweg wissen wir, wann man bekommt die Medaillen über die Missionen. Gut, heißt für uns, wir machen einmal die Stage von Ginyu und, ja, Surf-Seminar. Ihr könnt auch mit jedem Team rein, das Event ist wirklich nicht schwer. Das ist wie bei allen anderen, wie gesagt, ich kann es nur häufig wiederholen, wie bei allen anderen Free-to-Play-Charakteren. Das Prinzip ist wirklich gleich, wie wir hier auch schon sehen, beim Aufbau der Stage. Nämlich, ganz links sind die S-Orbs, die wir bekommen. Die haben ihre speziellen eigenen Orbs. In der Mitte sind es die M-Orbs und ganz rechts die L-Orbs. Wir haben die Wahl, in den Nimbus-Cloud zu gehen, in einen anderen Pfad zu gehen. Da droppen dann weitere Orbs, ja, übliches Prinzip. S-Orbs, in der Mitte sind es dann Medium-Orbs, L-Orbs und dann kämpfen wir gegen Ginyu. Und wenn wir gegen Ginyu kämpfen, quasi, haben wir die Chance, dass Ginyu da droppt. Wenn ihr euch fragt, wie viele Orbs brauchen wir denn genau für jeden einzelnen Charakter? Speziell für Ginyu jetzt brauchen wir von den S-Orbs 6.290, von den M-Orbs 3.430, von den L-Orbs 3.330. Wenn ihr euch fragt, ey, an den anderen Tagen, wo kann ich das nachsehen, wie viele Orbs die anderen Charaktere brauchen, weil sie ja zu unterschiedlichen Tagen online sind, ich werde euch die Links in die Beschreibung setzen. An der Stelle, wenn ich das vergesse, erinnert mich in die Kommentare bitte dran. Dankeschön. Das hört ihr alles auf Dokumenten-Wiki nachlesen. Wie gesagt, ich bekomme meine Informationen auch aus dem Internet. Und genau, deswegen haue ich die Links auf jeden Fall auch immer raus für euch. Alles klar, ich habe jetzt erstmal quasi die S-Obs eingesammelt. Und zu der anderen Sache, wie wir Ginyu bekommen, er droppt aus der Stage, wie gesagt, und an der Stelle müssen wir ihn erfarmen. Es ist nicht so wie bei den anderen Charakteren, dass wir vom Prinzip her weitere Charaktere bekommen, je weiter wir diesen Charakter im Hidden Protection System bringen. Wenn ihr euch daran erinnert, an Goku Jr. etc., wenn wir sie im Dupe-System auf 10% gebracht haben, auf 20% und so weiter sofort, wenn wir die Dupe-File geöffnet haben, haben wir immer einen weiteren bekommen, die wir dann für die S-Obs benutzt haben, für die Dupes benutzt haben. Hier ist es nicht der Fall, hier ist es in der Mission nicht der Fall. Wir haben in der Mission nur gesehen, dass wir die Medaillen bekommen bis jetzt und den LRG New. Heißt, wir müssen ihn aus der Stage quasi wirklich erfarmen. Ja, dahingehend, 10 Stück für uns holen, um einen auf SA-10 zu bringen, 4 weitere Runde Dupes zu öffnen, aber vom Prinzip her, Leute, funktioniert das alles ähnlich und gleich. Ja, ähm, genau. Heißt, mein Ratschlag an euch, macht quasi erstmal die Stage so lang, wenn ihr die Charaktere wollt, jetzt täglich für jeden einzelnen Charakter selbst. Holt euch die ganzen Ops, schaut nach, wie viele Ops ihr braucht, geht die Pfade dementsprechend, boom, dann müsst ihr eh gegen Ginyu kämpfen, dann droppen sie auch mit der Droprate, das ist wie gesagt nicht garantiert und wenn ihr das quasi, je öfter ihr das spielt, desto mehr Ginyu droppen, desto mehr Ops bekommt und diese Taktik könnt ihr da angehen, wie gesagt. Ja, ich werde zum Beispiel erstmal alle S-Obs holen, alle M-Obs, alle L-Obs und auf dem Weg dahin sammeln sich dann schon, sammeln sich die Ginyus dann schon an quasi und die Medaillen auch für ihn. Genau, im Prinzip wäre es das schon, Leute, ja quasi vom Prinzip her wirklich easy, wie alle anderen Events auch, wie gesagt, da sind wir die speziellen Ops von Ginyu, Ginyu den Charakter selbst und wie gesagt, am Ende noch zusammenfassend, die Events wechseln sich täglich ab, täglich ist ein anderer Charakter online, die Routine haben wir besprochen, am Wochenende sind alle Events online, wie ihr da vorgeht, habe ich euch auch eben gerade gesagt, für jeden einzelnen Charakter holt ihr erstmal die Ops, ja, S-M-L und währenddessen sammeln sich auch die Charaktere dann. Ihr bekommt sie durch die Events, durch Sages, könnt ihr sie dann erwecken mit den Medaillen durch die Missionen und wenn ihr dann alle auf 100% gebracht habt, bekommen wir dann, beziehungsweise bekommt ihr dann L-Ginyu aus den Missionen. Anyways, Leute, ich hoffe, dass es dir heute gefallen hat, wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.